London signalisiert Zustimmung für Langstreckenangriffe auf Russland Ein schwieriges Jahr für Putin, ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums deutete kürzlich an, dass die Regierung die Erlaubnis für Langstreckenangriffe auf Russland in Betracht zieht. Dies wäre eine deutliche Eskalation in den Spannungen zwischen Großbritannien und Russland. Für Putin bedeutet dies ein weiteres schwieriges Jahr, da er sich zunehmend isoliert und von westlichen Ländern wie Großbritannien unter Druck gesetzt fühlt. Die britische Regierung hat bereits Sanktionen gegen russische Beamte verhängt und den Kreml beschuldigt, für den Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Sergej Skripal verantwortlich zu sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation zwischen Großbritannien und Russland weiterentwickeln wird und ob es tatsächlich zu Langstreckenangriffen kommen wird. Putin steht vor einer zunehmend schwierigen Lage, da seine internationalen Beziehungen weiter erschüttert werden und der Druck von westlichen Ländern zunimmt.